Auf der orthopädischen Station kümmert sich gleich Dr. Urs Heinemann um einen Mann, der aus der Notaufnahme überwiesen wurde. Er klagt über heftige Schmerzen in seinem rechten Arm. Die Ursache dafür wird besonders seine Frau entsetzen. Was haben wir für Kummer? So einen leichten Stauschmerz im rechten Arm. Du sollst dabei sein, dass du schon seit zwei Tagen hast. Und er wollte auch nicht zum Krankenhaus. Ich habe ihn jetzt gezwungen zu kommen. Irgendwas Besonderes gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe mich irgendwie verlegt. Schwer gehoben oder sonst irgendwas? Nee, nee. Stich haben Sie auch keinen? Nee. Aber er hat wirklich ganz, ganz stark geschmerzen. Ganz plötzlich gekommen? Ja, vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen plötzlich? Ja. Mal bewegen. Das ist halt so ein Stauschmerz, als würde mir irgendjemand was abbinden. Ja, okay. Okay. Gut. Okay, mal Blut abnehmen. Mhm. Und Blutdruck und so weiter messen. Ja. Ein so schmerzender Arm, so wie er aussah, kann eigentlich nur entweder durch einen Tumor entstehen oder aber durch schwere Belastung in seltenen Fällen. Aber das war für mich jetzt im Moment noch nicht absehbar. Sie haben wirklich nichts Schweres gemacht, gehoben oder sonst irgendwas? Nö. Machen Sie Sport? Äh, nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Ich habe früher mal Sport gemacht. Ja. Er hatte früher mal Kickboxen gemacht, aber jetzt hat er mir zuliebe aufgehört, weil er sich öfter verletzt hat. Und, ähm, also daran kann es eigentlich nicht sein, weil er nicht liegen ist. Ja. Wenn der ganze Arm betroffen ist, denkt man natürlich irgendwo an eine Thrombose. Da der Patient mir aber immer wieder verweigert hat und gesagt hat, nein, er hat nicht schwer gehoben, habe ich das für mich erst mal hinten angestellt. Das sieht doch ein bisschen aus wie eine Allergie, ich weiß auch. Ne, Allergie ist es nicht, das tut auch nicht. Haben Sie denn schon Schmerzmittel dagegen genommen? Äh, ja, so Entzündungshemden. Nehmen Sie generell irgendwelche Medikamente ein? Ne, nur halt jetzt wegen den Entzündungshemden. Welche Stärke? Äh, 400er. 400er, gut. Er hätte schon eher kommen sollen, ich musste wirklich jetzt hierher schleifen. Ja, ja. Ich meine, zwei Tage ist ja eigentlich, ne, kann man ja eigentlich abwarten oder? Ne, kann man eigentlich nicht. Ne? Ne, sollte man nicht. Man sollte es ja, gerade so was, sollte man auf alle Fälle abklären. Ja gut, so gut ist es ja erst seit heute Morgen, oder? Wenn das spät und so weiter. Ne, das war gestern schon sehr gut, ja. Ja. Wichtig für uns ist immer, dass der Patient uns auch wirklich sagt, was los ist. Leider erleben wir es häufig, dass Patienten uns nicht die ganze Wahrheit sagen oder das Wichtigste eigentlich weglassen, sodass wir wie ein Detektiv jetzt dahinterher sein müssen, um rauszukriegen, was hat er eigentlich. Ja, wir müssen halt den Arm mal röntgen, um mal zu gucken, ob innen irgendwas drin nicht in Ordnung ist. Du machst ihn fertig hier und bringst ihn zum Röntgen, ne? Ja. Zur Abklärung des Krankheitsbildes ist im Prinzip immer erstmal eine Blutuntersuchung sinnvoll. Es war ja eine Rötung da, es könnte ja hier theoretisch eine Entzündung da sein. Die Entzündungsparameter sind wichtig für mich. Und dann muss ich auch ausschließen, dass irgendetwas am Knochen sein könnte oder aber auch ein Weichteiltumor. Das könnte man über die Röntgenaufnahme erstmal abklären. Eine gute halbe Stunde später liegen dem behandelnden Arzt bereits die Untersuchungsergebnisse aus der Radiologie und dem Labor vor. Obwohl es keine Auffälligkeiten gibt, ist an der Entwarnung noch lange nicht zu denken. Da sind wir wieder. Was sagen die Ergebnisse? Mal gucken. Also. Laborwerte. Kerngesund. Ja. Da ist nichts. Röntgenaufnahmen. Aber irgendwas muss es ja sein. Das kann nicht sein, dass du so Schmerzen hast. Das muss es sein, das ist richtig. Schulter ist in Ordnung, Oberarm ist in Ordnung, die Lunge an sich auch nichts und der Unterarm hat auch nichts. Da ist absolut nichts zu sehen. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Entzündung, nicht? Ist aber im Laborbett nach ausgeschlossen oder ein Stau. Eine Überlegung von mir war, dass es eine Thrombose sein konnte. Und das kann ich am einfachsten mit Ultraschall am Arm ausschließen. Deswegen habe ich dann die Ultraschalluntersuchung angeschlossen. Da ist die Vene gestaut. Unterhalb. Da sitzt eine Thrombose. Oh, Thrombose. Wo kommt die denn her? Ja. Also wie gesagt, ich glaube Ihnen nicht, dass Sie nichts gemacht haben. Dass das, was er uns sagte, nicht zu seinem Krankheitsbild passte, habe ich jetzt dem Patienten beweisen können. Denn dieses Problem tritt einfach nur bei massiver, schwerer Arbeit auf. Vor allem im Bereich, wenn der Arm unter schwerer Belastung über die Waagerechte drüber hinaus gehoben wird, Richtung Kopf. Denn hierbei werden die Gefäße einfach gezerrt, gerissen. Und deswegen entstehen halt diese Verletzungen. Wahrscheinlich haben Sie entweder was Schweres gehoben oder Sport gemacht oder sonst was. Also Sie können mir nicht erzählen, dass Sie nichts gemacht haben. Was heißt das denn jetzt genau, eine Thrombose? Thrombose heißt, dass da in der Vene ein Thrombus drin sitzt. Ein Blutgerinnsel. Und von daher gesehen ist es nicht so ganz gut, dass er jetzt zwei Tage gewartet hat. Denn dieser Thrombus kann sich abreißen, vor allem wenn er frisch ist. Und da gibt es eine Lungenembolie. Lungenembolie heißt, dass ein Gefäß in der Lunge verstopft wird. Das hängt jetzt davon ab, wie groß der Thrombus ist. Kann unangenehm sein, kann tödlich sein. Kann tödlich sein? Ja. Und deswegen, ich will jetzt gerade noch mal gucken, legen Sie bitte mal hin. Ich will das noch mal gerade verifizieren. Ich habe zusätzlich zu diesem Ultraschalluntersuchung auch noch einen Farbdoppler gemacht, weil die normale Untersuchung hat mir gesagt, da ist ein Thrombus. Aber mit dem Farbdoppler kann ich gucken, wie viel fließt noch an dem Thrombus vorbei, ist ein Komplettverschluss oder nicht. Das hier, da kann Sie sehen, da ist schön der Thrombus zu sehen. Das Blut, das Rote ist das Blut, was zum Herzen hinfließen will und kommt da nicht richtig durch. Wie kommt er da hin? Das ist jetzt das Eis gestaut hier, das Rote? Das ist gestaut. Und das ist etwas, was ich Ihnen jetzt nicht glaube, dass Sie nichts Schweres gemacht haben. Schatz, könntest du vielleicht draußen warten? Wieso? Warum soll ich denn jetzt rausgehen? So, und was ich jetzt hier noch erklären kann, dass hier, da überall in der Venenwand, in der Intima, das heißt also die innerste Seite von der Vene, da sind Risse drin. Und die haben das ausgelöst. Entweder haben Sie wirklich was Schweres gehoben, schwer gearbeitet oder haben Sie Sport gemacht. Ja, ich habe Sport gemacht. Getrainiert. Was für einen Sport hast du gemacht? Ja, ich habe Kickboxen gemacht. Oh, das glaube ich dir jetzt nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir hatten eine Abmachung. Nein, das spielt jetzt bei uns hier keine Rolle. Er hat es gemacht. Ja, du wolltest es. Das können Sie halt später klären. Wir müssen jetzt nur weiterkommen. Das heißt für Sie, wir müssen den Thrombus auflösen. Ja, und wie machen wir das? Da müssen Sie in den OP. Sagst du bitte mal Bescheid. Dass eine Lüse gemacht werden muss. Hilfe! Sie bleiben hier. Die plötzliche Bewusstlosigkeit des Patienten könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich das Blutgerinnsel gelöst hat und in die Lunge geschwemmt wurde. Das bedeutet Lebensgefahr. Der 36-Jährige muss sofort operiert werden. Nach der OP wollen sich Dr. Urs Heinemann und Assistenzarzt Frederik Seehauser vergewissern, dass es dem Patienten besser geht. Wie sieht es aus? Ja, ich bin noch ein bisschen schummrig, aber... Das ist der Herr, der Sie wieder in Ordnung gebracht hat? Ja, Herr Klinger, Sie werden sich jetzt nicht so an mich erinnern können. Ich habe bei der Operation assistiert. Wir konnten diesen Thrombozyten problemlos zerstören. Das wird mit so einem kleinen Stäbchen gemacht. Und dass er jetzt noch ein bisschen schwummerig ist und ein bisschen müde ist, liegt einfach nur in der Narkose. Aber spätestens heute Abend oder morgen früh, du hast ihn ja sicherlich in der Visite dabei, ist, als wir weg sein. Thrombus ist nicht gleich Thrombus. In der Früherkennung kann man hier schon präventiv viel erreichen, bevor es wirklich zu fatalen und schlimmen Folgeerkrankungen kommen kann, wie zum Beispiel eine Lungenembolie oder ähnliches. Im Fall aber von Herrn Klinger konnten wir präventiv hier mit einer Operation den Thrombus zerstören. Dieser wird in Zukunft vom Körper absorbiert. Und ich denke, so haben wir eine schlimmere Erkrankung bei Herrn Klinger verhindern können. Könnte das denn jetzt ohne weiteres wieder passieren, dass er nochmal so eine Thrombose bekommt? Jein. Er bekommt jetzt erstmal das Medikament, dass das nicht wieder passiert. Das wird ein halbes Jahr sein und dann wird soweit alles wieder in Ordnung sein. Aber wenn Sie beim Arzt sind, immer ehrlich sein. Das, was Sie hatten, habe ich relativ schnell vermutet. Aber da Sie sagten, nein, ich habe nichts Schweres getragen, ich habe nichts gemacht, habe ich das immer wieder hinten angestellt. Nein? Ja, das war halt ein bisschen doof. Ich hatte ihr versprochen, dass ich kein Kickboxen mehr mache und dann, das war ein bisschen doof von mir. Können Sie denn jetzt auch von Ihrer Seite ihm aus sagen, dass er kein Kickboxen mehr machen darf? Er sollte diese Sportarten, wo er schwer heben muss, also Gewichtsheben und so weiter trainieren muss, das sollte er unterlassen. Das ist Gift für Sie. Okay, das heißt, Kickboxen nur noch auf der Spielekonsole, ja? Auf der Spielekonsole, ja. Können wir dann ja zusammen machen. Nein? Da freue ich mich drauf. Ja. Der 36-Jährige hat sich vollständig von der Thrombose erholt und konnte eine Woche später die Klinik verlassen. Das Kickboxen hat er endgültig aufgegeben. Stattdessen geht er jetzt zusammen mit seiner Frau joggen. Stattdessen